scheiße da ist schon abgesperrt oh mein gott da rein leute ich habe keinen plan was mache ich denn hier ab durch die botanik aber wäre so geil wenn wir jetzt hier verbindung haben da kann man mal so einen wald stream machen aber im tiergarten geht es leider nicht aber wenn wir hier besseres internet haben kann man mal hier im wald stream machen pilze sammeln oder so super oha 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 da vorne abbiegen nach rechts nach rechts hast du dich verlaufen oha bist du auch wieder am start ich bin auf dem richtigen weg ich habe hier nebenbei ich habe hier meine route da gucke da sind hier auf und auf dem goldweg ich weiß es nicht aber wir testen es testen es wir testen es back ok es wird echt spannend jetzt hier obwohl er überhaupt ankommen schade ich weiß ob es gerade läuft oder nicht läuft back ja wir haben jetzt hier echt keine verbindung leute also wir befinden uns jetzt direkt vom freizeitpark aber es ist so ein so meine freunde da wir jetzt hier überhaupt keine verbindung haben null verbindung machen wir jetzt eine aufnahme ich hoffe man hört mich hier genauso gut wie im stream vielleicht sogar besser machen wir mit frontkamera also hier ist schon der spreepark da stand auch schon spreepark dran aber ich will gucken ob man vielleicht irgendwie rauf kommen weil aber hier wird tatsächlich gebaut das ist ja auch richtig krass hier wird tatsächlich gebaut ist aber geil dass das jetzt hier auch etwas gebaut wird vielleicht macht wirklich ein paar jahren hier das spreepark wieder auf ja hier haben wir jetzt wieder internet ja wunderbar aber jetzt gehe ich nicht mehr live weil da hätte man einen anderen weg nehmen sollen scheiße hätte man einen anderen weg nehmen sollen da ist das riesengroß da kommt da eigentlich nicht mehr rein ich muss mal kurz gucken auf dem internet auf dem plan wo wir uns jetzt hier befinden da müssen wir noch einen anderen weg laufen leute wir müssen einen anderen weg laufen aber wie gesagt wir sehen uns dann gleich wieder jetzt laufen wir hier den weg wieder zurück das müssen wir jetzt nicht normal füllen wenn ich jetzt wirklich noch zum irgendwas spannenden komme dann werdet ihr es jetzt gleich sehen so nee wir sind noch nicht da aber ich weiß nicht ob man es hört irgendwie läuft da fett mucke da hinten da hinten ist jetzt der haupteingang jetzt gibt es hier durch und dann ist das hinten lang geht der haupteingang und da ist scheint irgendwas zu sein ich weiß nicht entweder ist da irgendwas offen im spraepark und hier ist überall ist alles so ein spraepark hier ne hier ist baustelle und dahint ist irgendwie action ich guck mal ob ich da noch hinkomme da ist super normal wie es aussieht sieht es echt schlecht aus die haben wir wirklich glaube ich jetzt auch den rest alles abgerissen weil hier ist auch schon die zeitbahn die fährt hier lang sieht man ein bisschen da ne und hier ist auch die musik aber ich glaube da kommt da nicht rauf aber sieht komplett anders aus als damals nicht mal das riesenrad habe ich gesehen oder so voll komisch das ist das boot hier wa boah krass wie weit die musik sie hören ist denn hier ist das boot und hier ist das spraepark wir laufen nochmal hier lang ob wir irgendwas noch sehen das ist die alte eisenbahn die damals hier rum fuhr wenn wir hier rangehen da ne das war die alte freizeitparkbahn ok die fährt aber nicht mehr so bin ich hier alter alter so bis gleich wenn da was spannendes passieren sollte wenn da was spannendes passieren sollte melde ich mich gleich